Früher kannte man uns als das Golfresort Achental und mit unserer Neustrukturierung, Neupositionierung haben wir auch unseren Namen geändert in das Achental. Das Achental steht für Regionalität und auch Nachhaltigkeit, sowohl am Golfplatz als auch vor allem in unserem F&B-Konzept und in unserer Küche. Das Achental und Hole-in-One-Fetting haben bereits im Jahr 2017 angefangen, eine kleine Kooperation aufzuerlegen, die wir dann kontinuierlich erweitert haben und mit dem Zuge der Entwicklung des kompletten Resorts und der Golfanlage haben wir die Partnerschaft intensiviert, haben die Ausstattung um etliches erhöht und können jetzt einen absoluten Top-Service hier anbieten. Also wir als Achental sind super happy mit HIO zusammenzuarbeiten, weil wir haben auch an uns die höchsten qualitativen Ansprüche. Also ich glaube hier in unserem Fitting Center sprechen wir wirklich von einem High-End Fitting Center. Wir haben natürlich einen Trackman hier zur Verfügung, der uns extrem gute Messergebnisse vermittelt und wir dadurch natürlich wunderbar sehen können, welche Schläger tatsächlich perfekt zu unseren Kunden passen. Wenn man hier auf der Matte steht, hat man vor sich zwei große Bildschirme, wo man ganz ganz deutlich erkennen kann, welche Schläger denn besser funktioniert. Für unsere Golfer und für unsere Gäste haben wir hier in das Achental ein wunderschönes Setup gebildet zusammen mit HIO. Nicht nur dadurch, dass wir viele Brands haben und viele Chefs in unserem Sortiment können wir natürlich mit jedem unserer Kunden ein professionelles Fitting durchführen, sei es Anfänger oder fortgeschrittener Golfer. Es ist für jeden was dabei. Von Breisspanne, Einsteiger-Set bis wirklich zum absoluten Luxus High-End Produkt. Whole-in-One-Fitting arbeitet Komponenten basiert. Das heißt, wir können vom Griff über den Schaft und den Kopf alles individuell und customized anbieten und diesen Service durch unsere digitale App, die wir für den Bestellvorgang brauchen, auch zu 100 Prozent hier im Achental anbieten. Das heißt, alle Orders gehen automatisiert bei uns in der Werkstatt ein und werden am Ende handgefertigt von unseren Mitarbeitern vor Ort. Und wer sich mal selber überzeugen möchte von unserem Achental-Erlebnis, der ist natürlich immer herzlich bei uns Willkommen zu einem ultimativen Golferlebnis, einem traumhaften Golftag mit einer Einkehr an der Seehütte 10 und danach vielleicht ein wunderbaren Essen und Ausklang in unserem Gourmi-Restaurant.